Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario 3D Land Part 3 Heute wahrscheinlich ich das. Bowser Castle. Hab Sound noch mal leise gemacht. Das ist jetzt so wie in Super Mario Galaxy, wie man es sieht. Ich mach jetzt so hoch. Also, ein bisschen umdenken muss man. Hm, ich umdenken. Mein Wort. Nein! Oh Gott, hey! Das ist wirklich ne schwere Geburt nicht. Die Bienen sind extra dazu, dass mir die... Nein! Fick dich, du Schlau... Fick dich! Hau ab, du Ficker! Ich fahr bloß ab, du Hurensohn! Fick dich! Fick dich! Du Mist! Fick dich! Fick dich! Ich glaube, ich mach das Offscreen. Bis zum Checkpoint. Äh, ja. Leute, sorry. Für diesen... Mega-Fail! Ja. Mhm. Ich bin... Das ist typisch für mich. Wir sehen uns beim Checkpoint. Ciao! So, da bin ich wieder sorry. Dass... Ich wusste nicht, dass es keinen Checkpoint in diesem Level gibt. Oh Gott. Das macht mir natürlich blöd. Dann machen wir gleich Bowser's Castle, würde ich sagen. Nö, so ist okay. Ich muss aufpassen. Das ist nicht Bowser's Castle, Bowser's Schiff. Der kommt immer ein Kooper-Bruder. Also... Ding... Und... Ja... Scrolling... Level. Meine Haft-Level. Das hat mehrere Gründe. Da... Da... Hier gibt's auch keinen Checkpoint. Das liegt auch ein bisschen auf. Das heißt, wenn man einmal verkackt, verkackt man für immer. Fick dich. Ich hör' ab. Ich hatte grad Angst. Aber... Eigentlich war's gut. Hier ist nicht schon der End-Boss. Ja, sorry, dass der Pate zu kurz ist. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Eigentlich ist er einfach, aber mit dieser Steuerung ist er eine Herausforderung. Ich will gar nicht an die weiteren Bosse denken. Oh Gott. Der regt so auf, der Bosse. Mit dieser Steuerung. Ist der wirklich Hardcore? Hau ab! Hau ab! Nö, das ist ein Schlauch. In your face, oh fucker! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab, du mieses, dreckiges Schwein! Und in your face! Okay, wir sind nicht getroffen worden. Er ist doch einfach. Eine Sterne uns haben wir aus Zufall erhalten. Sehr geil! Jo, äh, mein Magen grummelt schon, weil ich euch versinklich ein Level entzogen hab. Es tut mir selbst leid. Da ist ein Up, aber ich sterb jetzt nicht. Hau ab! Und dann ist es einfach drauf zu sterben. Pfff. Sind es jetzt vielleicht nur 4 Minuten, Part? Dafür entschuldige mich. Ich bin der Chris und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ähm, bis dann! Ciao!